Der bayerische Umweltminister Dr. Markus Söder äußerte heute in Bayern 1, die Atomkraftwerke müssten länger laufen, damit die Weiterentwicklung der Nutzung regenerativer Energien finanziert werden könne. Herr Söder, wir glauben Ihnen das nicht. Und wir werden diesen Termin im Kalender vermerken, denn wenn wir unsere Omas fragen, dann werden die sich erinnern, was der Norbert Blüm seinerzeit als Arbeitsminister gesagt hat. Die Renten sind so sicher wie das Armen in der Kirche. Ganz nebenher bestätigt der Herr Söder natürlich damit, dass sich die Regierung diese Laufzeiten hat abkaufen lassen.